ja die folgen werden eindeutig zu lang das muss man einfach mal sagen gerade die war 20 minuten und ich habe vergessen mich auszurosten ich bin so blöd ich bin so selten dumm ich habe gerade geschaut ob die aufnahmen wie lange die aufnahmen waren da habe ich dann auch total vergessen dass ich da nachschauen wollte aber egal das portal macht sie auf jeden fall bezahlt und müsste sich den ganzen weg noch mal laufen und wir konnten uns das gold sparen das ist natürlich eine gute idee um gold zu sparen dass wir einfach sagen wir gehen ja manchmal über 1000 euro aus und einfach sagen wir setzen uns wegpunkt soweit wir gekommen sind und kann man ja auch mit dem kampf jetzt wenn man merkt okay jetzt wird es krass dann setzt man selber immer wegpunkt und ich musste merken in der berlin zu beschwören ich habe nicht genug mana mein inventar ist auch da war ja was okay dann gehen wir aus bei der katze können wir nachher immer noch gucken was das genau jetzt ist super was ist das denn hier finde ich also ich finde das schon eklig gemacht also das ist schon geil gemacht worden ich kenne den unterschiedlich kennst du den google doch so hab ich den oh ne ich habe wenig mana ich habe wenig mana oh dieses one shot fee ey puuuh was ist das denn was ist das denn Banaras irgendwas ich habe mehr mana Hilfe 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 Ach sie kann nicht wegboosten? Ja dann ist er super Ok Hups und wenn ich leben ich bräuchte ein paar von diesen Fliegenviechern wie eklig ist dieses komische sind diese komischen Ranken hier das ist mega pervers irgendwie so und es wundere mich dass ich so wenig Federmäuse rausbekommen ich sehe die zumindest nie gerade tot eigentlich müsste es mehr sein glaube ich es waren jetzt vier, da kam gar keiner raus ok, was haben wir denn hier oben oder kommen die nur aus Bestimmten raus das kann ich jetzt auch nicht sagen dass die kleinen Viechern vielleicht gar nicht rauskommen sondern nur aus großen das wäre mir jetzt unbekannt ok ich glaube das ist von beiden Seiten so gemacht also ich muss einmal im Kreis laufen wahrscheinlich oder im Sechseck je nachdem bei dem Stufenaufstieg... Juhu! Okay, machen wir gleich hier. Sind wir jetzt bei 20% Da ist mir das Mikro-Wonch Das heißt, wir kriegen jetzt jeden 5. müssten wir ungefähr einen neuen Verbündeten bekommen Kann natürlich dann mal alle 10 sein Oder vielleicht zwei aneinander Das ist dann immer so spielabhängig Ich fände es cool, wenn wir es auf 50% hochkriegen würden Dass wir jeden zweiten so ein Vieh kriegen Und wenn die dann noch ewig durchhalten Ey, das wäre krass Da würde man quasi nur mit den Viechern kämpfen Und ich werde mir auch mal Den jetzt hier hoch vorsetzen Und dann setze ich mir den Pfeilschuss Weil den Pfeilschuss nutze ich ja wirklich nur selten Und dann, damit ich den hier mehr nutze Den Never-Kobold Setze ich mir den hier her Und das war es ja anscheinend auch schon Das sieht schon geil gemacht aus Also das Spiel ist ja auch schon ein paar Jahre alt Ne? Und was ich Was ich auch mitbekommen habe Habe Dass das Spiel ja auch von der Delic ist Ne? Also die haben da zumindest mitgemacht So wie ich das feststellen konnte Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Ne verklingen irgendwas Oder ist das tot? Das ist kein Problem Was macht der denn hier? Ne? 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 Ich habe wenig Mana Ja, 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 ja Das ist kein Schwein Wohl nah Oh, alter Gut zu fischern war das gar nicht Ähm Unser Never-Kobold ist dabei otra Jetzt schaue wir uns den hier noch mal an Leer 3900 Das kann der uns eventuell Ja, nimm mal den. Was haben wir bekommen? Zaubertempo erhöht jeden Feuerstein um 5%. Gefällt mir. Achso, ne, der tut noch verzaubern, der will nichts haben. Das ist uncool, aber ich kann ja nicht alles verlangen. So kann ich schon, aber mach ich nicht. Das war so nicht geplant, aber es hat funktioniert. Von daher behaupte ich aber... What the fuck? What the f... Das Spiel ist immer sehr ausgeglichen. 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 Alter. Das Spiel ist immer sehr ausgeglichen. Vor dem ich so gesagt habe, ne? Das war jetzt nicht schwer, aber es sah schon krass aus, was da gerade auf den Zug kam. Also... Das seid schon echt nicht... Also, da war jetzt schon ein bisschen was vorhanden. Ich habe wenig Mana. Ich habe gerade überlegt, ob das vielleicht, dass die Identifizierungsrolle weg sprengt, hat es aber nicht gemacht. Okay, hier haben wir noch eine Ruhe. Und dann... Ab in die Boss-Stage. Wir müssen noch fünf Attributspunkte auf unsere Katze verteilen. Mach mal gleich mal. Und dann schauen wir mal was hier... Auf der Boss-Stage auf uns, Wolf. Ach so. Ist das schon draußen? Großregent-El-Tri... What? Äh... Ist das? Alter, ich habe in meiner... Alter, wie viele Späts hat der bitte? Ich gucke gerade mal, dass es so alles rumliegt. Wisst ihr was? Ich lasse einfach die Katze machen. Die Katze macht das schon. Ja. Ja, ist zum Glück auch überhaupt nicht übertrieben oder so. Aber gut, es ist ein Boss-Kampf. Müssen wir mal jetzt was gucken? Wenn ich dazu nah rangehe, was ist das denn? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Obwohl. Was ist das? Alter, da... Oh, nein, 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 nein. Nicht so, Freundchen. Ja, ist wirklich... Wir haben es ihm wirklich aufgefallen. Ich habe wenig Mana. Alter, genug Mana! Alter! So, bekomme ich wenigstens... Oh, what the fuck? Alter, da gibt es ja echt dieses Gefühl von... Ich bin der Boss, ne? Also, das ist der der Boss, das meine ich. Ich hoffe, dass ich das auch wieder mal jetzt bekommen. Damit sich unser neuer Spell wenigstens lohnen. Ja, kann ich mir vorstellen. Boah, diese Bestien, die da immer rauskommt. What the fuck? Ich habe wenig Mana. Alter, dieser Bosskampf... Die Folge werde ich übrigens... Also, ich glaube, die Folge muss ich dann in zwei Teile schneiden. Das wird es, glaube ich, ne Weile dauern. Nur so, für alle, die sich wundern, warum es da mitten drin aufhört. Ich brauche mehr Mana. Ja, großregend, immer noch... What the fuck? Aber man sieht schon, wo die herkommt. Wow, weg, weg, weg. Man sieht schon, wenn das Vieh kommt. Man muss noch rechtzeitig reagieren. Ich hoffe einfach, dass meine Katze in der Zeit sich um den da kümmert. Die ganze Zeit. Ja, und ich hier weiter diese Ratte viel Fledermäuse machen. Okay, 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 okay. Ähm, ich muss, ich muss echt einfach nur die ganze Zeit versuchen, die Fledermäuse herzustellen. Also herzustellen, halt, dann durchtöten. Fledermäuse zu erzeugen. Ja, der Typ, äh, wäre meine Viecher halt. Alter. An denen entsteht auch so schwer, ne? Ich kann auch gerade... Jetzt geht das mit dem Begleiter verwundet los. Das ist natürlich nichts unschön. Ja, ich hab' ich auch schon früh, viel früher erwartet. Das irgendwie wundert mich nicht. Hilfe. Hui. Okay, Großregend. Ich kann auch echt... Leider, wenn ich jetzt in die Kamera gucke. Ich glaube, man kann es nachvollziehen. Und die Nähe von Kubel, die kann ich zum Glück immer noch bestimmen. Das darf ich nicht vergessen. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay. Ich habe keine Mana-Pots mehr, aber noch 5 Heildränke. Jetzt ist wirklich Kiten angesagt. Und zwar kaiten von allem, was ihr wisst. Ich brauche mehr Mana. Ich habe wenig Mana. Ich brauche mehr Mana. Ich habe nicht mehr Mana. Hui. Euer Begleiter. Ich habe nicht mehr Mana. Euer Begleiter ist verwendet. Okay. Ich habe wenig Mana. Ähm, das ist die sieben. Beides. Uhlalala. Hobart. Bis? Der schießt jetzt? Weiter. Okay, der schießt jetzt. Der Regen scheint unter 50% gefallen zu sein. Ich kann es mir gerade ganz schlecht feststellen. Mana auftanken. Ich brauche mehr Mana. Ja, du brauchst mehr Mana. Das ist mir schon klar. Euer Begleiter ist geflogen. Ich habe wenig Mana. Oh, Alter. Also, dieser Kampf, ne? Er ist geil, muss man einfach sagen. Er ist geil. Ich kann... Kann man nicht einfach sagen, egal wie schwer es gerade ist und egal wie langwierig. Es ist aber halt echt gerade der übelste Boss hier. Und man merkt es. Also, man denkt sich echt, wenn man den so anguckt, das ist ein Boss. Ich könnte ja natürlich ein bisschen mehr angreifen. Wow, mein Leben. Ich könnte ja natürlich ein bisschen mehr attackieren. Ich weiß aber halt echt nicht, wie lange ich dann durchhalte. Ich habe wenig Mana. Ich weiß halt echt nicht, wie lange ich durchhalte, wenn ich den direkt attackiere. Deswegen muss ich leider. Euer Begleiter ist geflogen. Das kann man auch erkennen. Alter. Ja, ja, ich... Ich würde nicht wissen, wie oft er mir das auch erzählen würde. Oh, oh, jetzt habe ich den Bildschirm verrückt. Okay. Da war Korbott beschworen. Oh, welche? Gut, unser Mana tut sich gerade wieder auftanken. Was war das in der Mitte gerade? Habt ihr gerade das Maul in der Mitte gesehen? Okay, kommt her. Boah. Jetzt habe ich aber gerade... ...ordentlich draufgehauen. Also, ihr seht schon, wenn ich da ordentlich drauf haue, ist die Combat. Dann... Ich weiß nicht, ob das mehr Sinn macht. Ich habe wenig Mana. Ich kann es probieren. Ich habe nicht genug Mana. Ohohoho. Wohoho. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ich hab noch einen Heiltrank. Noch einen Heiltrank. Und nichts anderes mehr. Nur auf einen Heiltrank. Das war's. Jetzt hab ich nichts mehr. Jetzt muss der große Regen draufgehen, sonst hab ich das verkackt. Ich weiß noch nicht. Ich glaub, der spawnt immer neue, wenn eine gewisse Anzahl von denen stirbt. Wo ist der große Regen? Der ist da hinten. Alter, der große Regen muss jetzt einfach langsam sterben. Ewig halten wir das Licht aus. Ich darf auch nicht so nah ran, sonst kommt die komische Intakel. Mein Feuerball macht zwar Schaden, aber ähm, ja. Das mit dem Federmäusen funktioniert noch nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt hab. Oh, wie bist du da? Der war doch gerade da. Ah, das ist nicht der große Regen, das ist mein Begleiter. Ich bin verwundet. Jaaa! Fuck! Katze, mach den Regentenblatt! Alter! Ein Hit, egal von was, ich bin tot. Und mein Leben frischt sich auch nicht wieder auf. Seh ich da gerade. Ich müsste ins Menü gucken, ob ich noch kleine Heildränke habe. Hab dafür aber gerade echt nicht wirklich viel Zeit. Kritisch! Nein! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab' keine Heile! Ich glaub' da war nicht zumindest keine! लch! Nein! Nein! Ach man, wir hatten es echt fast geschafft. Wir hatten es fast geschafft, ich glaub's nicht. Och Mensch! Aber wir hatten wirklich keine Tränke mehr, wir haben alles verballert, wir hatten wirklich alles, wir haben alles verballert, was wir hatten. Boah, krass. Na gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, meine lieben Freunde, vielleicht mach ich auch noch eine Folge, ich weiß es nicht genau. Bis dahin, tschüss!